Disco Flu Fieber Hallo Pocoyo! Hallo Nina! Oh oh oh, entschuldigung! Hallo Lula! Hallo Lula! Nein, Pocoyo! Lula tanzt nicht! Sie kratzt sich! Aber warum? Ah, Nina! Weißt du was das Problem ist? Ah, du hast Flöhe! Deshalb kratzt du dich! Was könnten wir dagegen tun? Wähw! Oh! O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ooo Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Flöhe feiern eine Party Und wenn sie tanzen, juckt es Nula Und dann muss sie sich kratzen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, hallo, Pocoyo. Hallo. Was hast du denn da? Weißbrot. Ja, es gibt wohl nichts Besseres als ein schönes, leckeres. Ja, ja, ich weiß, Pocoyo, Lula riecht recht übel. Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was man am besten machen kann, dass Lula wieder gut riecht? Sie waschen. Lula baden. Waschen, das ist eine wunderbare Idee. Na los, Lula, so schlecht ist es gar nicht. Also, Lula? Oh je. Oh nein. Pocoyo meint, Lula muss ganz dringend gewaschen werden. Vielleicht könnt ihr ihm helfen? Ah ja. Du hast sie. Oh je. Elli, fangen sie. Pass auf. Es ist schwieriger, als es aussieht. Also, Lula. Und dann wiederg Luftschreiber. Oh. 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 Was wirkt das? Ah, verstehe. Ein Hundelok und Waschapparat. Genial. Was? Tja, es scheint nicht zu funktionieren. Oh. Nein, Pato. Also ich muss sagen, du siehst jetzt wirklich sehr sauber aus. Ach, Pocoyo, wie willst du Lula baden, wenn du sie nicht in die Badewanne bekommst? Geh weg. Lula, du bist ein Stinker. Kann sich jemand von euch vorstellen, wie Pocoyo es schaffen könnte, Lula nass zu machen? Im Regen. Der Regen. Das ist richtig. Pocoyo kann Lula ganz einfach mit dem Regenwasser waschen. Jetzt haben wir endlich einen blitzsauberen Hund. Bravo, Pocoyo. Wie schön, dass alle wieder sauber sind und gut riechen. Macht's gut. Bis bald. Das ist richtig. Das ist richtig. The little chicks are safe And they'll go to sleep Until the next day Beep 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 Peep beep beep Peep beep beep Peep beep beep Peep beep beep The little chicks, they come screaming Peep beep beep When you're beautiful And they want to sleep Mami Heng goes looking for some flour and corn Then she gives them food and she keeps them warm Underneath her wings, the little chicks are safe And they'll go to sleep until the next day Beep, 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 beep Beep, 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 beep 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 Beep, 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 beep Schlafwächter Schaffwächter. Hallo, Schlummerpieps. Wie? Du willst ein kleines Nickerchen machen? Schaffwächter. Du machst zu viel Lärm. Entschuldigung. Pocoyo, bei diesem Lärm kann Schlummerpieps ihren Mittagsschlaf nicht halten. Es tut mir leid. Pocoyo verspricht ab jetzt, keinen Lärm mehr zu machen. Er wird ab jetzt dein Schlafwächter sein. Was ist das? Es sind Nina und Roberto. Sie spielen Fangen. Sie toben ganz schön wild rum. Ich nehme an, Fangen spielen ist halt laut, Pocoyo. Was können Sie sonst spielen, was ruhig ist? Ah, ein Buch lesen. Das ist viel ruhiger. Pocoyo, das mag zwar Lärm machen, aber Elli muss ihren Stepptanz üben. Welch eine großartige Idee, Pocoyo. Oh, Entschuldigung, von jetzt an werde ich nur noch flüstern. Pocoyo, das ist ein Schlafwächter. Pocoyo, das ist ein Schlafwächter. Pocoyo, das ist ein Schlafwächter. Versuch's jetzt, Pocoyo. Pocoyo, das ist ein Schlafwächter. Du ruhig? Ich höre nichts, Pocoyo. Pocoyo, das ist ein Schlafwächter. Sch, Pocoyo, ja. Pocoyo, das ist ein Schlafwächter. Es scheint, dass du alle Geräusche der Welt ausgeschaltet hast. Lass uns nach Schlummerpieps schauen. Schläf tief und fest. Gut gemacht, Pocoyo. Pocoyo? Ah, träume süß, du hast es verdient. Tschüss euch allen. Schuss, du hast es verdient. Schuss, du hast es verdient. Schuss, du hast es verdient. Die kleine Monkeine waren überreden. Schuss, du hast es verdient. One fell off and bumped her head Mummy called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Three little monkeys were jumping on the bed One fell off and bumped his head Mummy called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Two little monkeys were jumping on the bed One fell off and bumped her head Mummy called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed One little monkey was jumping on the bed He fell off and bumped his head Mummy called the doctor and the doctor said No more monkeys jumping on the bed Two little monkeys were jumping on the bed One fell off and bumped their head Mummy called the doctor and the doctor said Those little monkeys have to go to bed Hallo, dein Baby-Pieps-Sitter Oh, Schlummer-Pieps Telefon Schlummer-Pieps Hm, vielleicht wacht Schlummer-Pieps auf, wenn wir alle zusammen rufen Wach auf Schlummer-Pieps Wach auf Schlummer-Pieps Wach auf Schlummer-Pieps Aufwachen Wach auf Das Telefon Du musst weg Verstehe Aber sicher findest du jemanden, der auf Baby-Pieps aufpasst Nun, frag schon Nein, du Pato aufrollen Pato räumt auf Schlummer-Pieps Schlummer-Pieps möchte wissen, ob einer von euch ein wenig auf Baby-Pieps aufpassen kann Nein, wie wäre es, wenn der, der auf Baby-Pieps aufpasst, nicht aufräumen müsste? Wie war das, Pato? Du sagst, dass du auf Baby-Pieps aufpassen willst? Wunderbar! Ah, das bedeutet, du räumst hier auf, Pocojo, richtig? Hallo, Baby-Pieps Hast du schön geschlagen? Deine Mama ist nicht hier, Baby-Pieps Sie ist nur mal kurz weggegangen Na, 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 Baby-Pieps Sieh nur, da ist deine Freundin Kleine Raupe Wenn Kleine Raupe da ist, bist du fröhlich Hm? Nun, das hört sich doch gut an Sie machen dir alles nach, Pato Ah, Essenszeit Wie? Das ist nicht das, was du sonst von deiner Mami bekommst? Kuchen? Kuchen? Wenn dir Pato jetzt Kuchen gibt Hörst du dann auf zu schreien und gehst ins Bett? Oh je, Pato Es scheint, als ob Kleine Raupe mal muss Na los, Tempo, Tempo Beeil dich Oh nein Und endlich Schlafenszeit Deine Mama macht mit dir immer erst einen Mondspaziergang? Ach, aber du versprichst, dass du dann sofort ins Bett gehst Und nun ins Bett Pato braucht wirklich dringend Hilfe, Pocoyo Halt, Stecklef, kleine Raupe Nein, Pato Auf kleine Kinder aufzupassen ist wirklich schwerst Arbeit Ich kenn das Aber wie wäre es denn, wenn ihr zwei euch zusammentut? Was meint ihr? Sollten Pato und Pocoyo zusammen aufpassen? Ja, ja, sie sollen zusammenarbeiten Baby Pieps möchte wissen, was ihr da macht, Pocoyo Wir schlafen Wir schlafen Pato und Pocoyo sind müde und wollen sich in eure Betten legen Dürfen sie das? Nein Ihr wollt, dass Pato und Pocoyo in ihre eigenen Betten gehen? Nun denn, in Ordnung Ihr zwei habt das wirklich großartig gemacht Schlummerpieps fragt, ob ihr jetzt jeden Tag auf Baby Pieps... Was meint ihr? Sollen die beiden jeden Tag auf Baby Pieps aufpassen? Ja, ja Ja, sie sollten es jeden Tag machen Bravo, Pato und Pocoyo So zusammen geht alles viel besser Macht's gut, bis bald Überraschung für Schlummerpieps Hallo, Schlummerpieps Oh, entschuldige bitte Schlaf ruhig weiter, Schlummerpieps Ah, hallo Pocoyo Hallo Ah, du willst wohl heute deine Freundin Schlummerpieps besuchen, nicht wahr? Ich fürchte, sie schläft mal wieder Das kennen wir schon Warte mal Jetzt wacht sie auf Nein Aber da ist ja noch etwas Ah Du meine Güte Das war aber knapp Ball Pocoyo Also, ähm Das hier ist jetzt kein, äh Danke, Pato Ball Ja, richtig Ein bisschen sieht es wie ein Ball aus Aber die Form ist etwas anders Ah, ich weiß etwas Könnt ihr vielleicht helfen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Ein Ei Ein Ei Was ist das Ei, Pocoyo? Ei Ei Ein Ei So ist es besser Eier können schnell kaputt gehen, wenn man nicht aufpasst, Pocoyo Kannst du dir vorstellen, was in diesem Ei drin ist und darauf wartet herauszukommen? Ja, Pato weiß es Da ist ein ganz kleiner Vogel im Ei Ein Baby-Pieps, Pocoyo Baby? So ist es Ich hatte ja keine Ahnung, dass Schlummerpieps die ganze Zeit schon ein Ei ausbrütet Das Ei gehört schnell wieder nach oben in Schlummerpieps Nest zu seiner Mutter Oh wei Du fängst es am besten schnell wieder ein, Pocoyo Wenn Schlummerpieps aufwacht, macht sie sich bestimmt große Sorgen Oje, da hüpft es Fang es, Pocoyo Pato, gleich hast du es Nein Jetzt kommt es von dort Schneller Schneller Pato Es ist hinter dir Tu meine Güte Puh, gut gemacht So, jetzt müsste uns nur noch Schlummerpieps hören Schlummerpieps 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 hat einen sehr gesunden Schlaf So schnell wacht sie wohl nicht auf Tja, dann müssen wir einen Weg finden, das Ei selbst ins Nest hinauf zu bringen Hm, ich fürchte, höher geht es nicht, Pocoyo Jetzt könnte uns nur jemand helfen, der größer ist Aber wer Wer wäre groß genug, um uns zu helfen? Kann es vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen? Ey! 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 Sehr gut Genau das braucht ein Ei Ein warmes Nest Gut gemacht, Pocoyo Gut gemacht, Pocoyo Ähm Ähm Da passiert etwas mit dem Ei 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 Bleib ganz ruhig, Pocoyo Komm ruhig ein bisschen näher heran Das darfst du nicht verpassen Ja Es ist ein kleiner Schlummerpieps Oh nein, das ist wohl eher kein Schlummerpieps Das ist ein, ähm, was auch immer Auf jeden Fall sieht es ganz so aus, als hätten wir einen neuen kleinen Freund Wir werden ihn noch oft sehen, falls er sich nicht versteckt Na denn, macht's gut Und bis bald Pattos Ei Hallo, Pato Was um alles in der Welt ist denn das? Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was das ist? Das ist ein Ei, Pato Das ist ein großes Ei Ganz genau Ihr habt recht Faszinierend Oh, hallo, Pocoyo Hallo Ball Ball? Oh je, aber Nein, Pocoyo Das hast du ganz falsch verstanden Weißt du, das ist gar kein Ball Was Pato da hat, das ist ein Ei Und schon sehr bald wird mit diesem Ei etwas passieren Da wird etwas niedliches aus dem Ei schlüpfen Jetzt verstehst du auch, warum dieses Ei für Pato so wichtig ist Oh je, es ist so weit Es ist so weit Es ist, es ist, es ist, eine Spinne Ich sag es mal so, nicht aus jedem Ei schlüpft ein kleines Entlein Tja, und einige Leute fürchten sich vor Spinnen auch Vor ganz kleinen Babyspinnen Ich fürchte, du hast Pato erschreckt, kleine Spinne Kleine Spinnen sind doch gar nicht so schrecklich, Pato Und sie scheint dich zu mögen Da sind Elli und Pocoyo Hallo Oh je, ich sage dir Solange die kleine Spinne da ist, werden die beiden nicht mit dir spielen Sie haben viel zu viel Angst Kleine Spinne Papa Pato möchte mit dir ein Spiel spielen Er will, dass du alle Steine zählst, die du finden kannst Ich denke, jetzt kannst du mit Elli und Pocoyo spielen, Pato Aha, die kleine Spinne hat einen Stein gefunden Papa Pato sagt, du sollst weiterzählen Papa Pato Kann vielleicht einer von euch, Pato, sagen, was die kleine Spinne möchte? Hi, Spielen! Spielen! Ja, da habt ihr ganz recht. Sie möchte spielen. Hallo, Baby Peeps! Oh, je. Papa Pato sagt, nimm den Stift und male irgendetwas, kleine Spinne. Was ist denn das? Kann jemand von euch, Ellie und Pocoyo, sagen, wer dieses hübsche Bild von ihnen gemalt hat? Die Spinne, die kleine Spinne! Das ist richtig. Ah, wie niedlich! Seht ihr? Das habe ich doch gleich gewusst. Irgendwann seid ihr alle die besten Freunde. Prima, Pato! Toll, dass ihr jetzt alle Freunde seid. Macht's gut! Bis bald! Kleine Raupe Hallo, Pocoyo! Hallo! Nanu, was hast du denn da gefunden, Pocoyo? Du weißt es nicht? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Raupe! Das ist eine Raupe. Raupe ist es? Hier kommt Ellie! Oh, pass auf! Gut, dass die kleine Raupe dich getroffen hat, Pocoyo. Es sieht so aus, als ob deine kleine Freundin jemanden braucht, der auf sie aufpasst. Oh! 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 Aha! Die kleine Raupe mag solche Blätter. Tja, Raupen essen gern. Ach, was für einen herrlichen Kuchen hat Pato da. Oh, wo ist er denn hin? Diese kleine Raupe hat einen ziemlich großen Appetit. Was steht als nächstes auf der Speisekarte, Pocoyo? Ein Tisch? Ich glaube ja nicht, dass Raupen so etwas essen. Oh, sie scheint wirklich sehr hungrig zu sein, oder? Oh, sie scheint wirklich sehr hungrig zu sein. Und Bücher mag sie auch. Entschuldigt, Pate und Elli. Aber Kokuyos kleine Freundin scheint einfach nicht satt zu werden. Sieht ganz so aus, als ob deine kleine Freundin hier war. Raupe? Weißt du, Kokuyo, durch ihr vieles Essen hat sich deine Raupenfreundin verändert. Tja, sie hat sich einen Kokon gemacht. Kokon? Ja, ein Kokon ist eine Art Schlafsack. Groß genug, um darin bequem zu liegen. Kannst du etwas sehen, das wie ein Kokon aussieht, Kokuyo? Ja, richtig, Kokuyo. Deine Freundin ist da drin. Vielen Dank, Doktor Pato. Wenn deine kleine Freundin wieder aus dem Kokon herauskommt, Kokuyo, dann... Nein, jetzt verraten wir nur so viel. Du wirst überrascht sein, in was sie sich verwandelt hat. Du wirst überrascht sein, in was sie sich verwandelt hat. Du wirst überrascht sein, in was sie sich verwandelt hat. Ui, was war das? Ah, ich denke, ich kann Kokuyos kleine Freundin sehen. Kann einer von euch sehen, in was sie sich verwandelt hat? Schmetterling! Ein nigglischer Schmetterling. Haha, aus der Raupe ist ein Schmetterling geworden. Tja, Kokuyo, deine Freundin hat sich sehr verändert. Hey, der Schmetterling ist auch ganz hungrig. Deine kleine Freundin hat sich zwar sehr verändert, aber sie hat noch denselben Appetit. Und wie es aussieht, ist sie immer noch deine kleine Freundin. Na, Kokuyo, das war ein aufregender Tag, was? Macht's gut, bis bald! Was war das für ein eigenartiges Geräusch? Es sieht aus, als wäre das ein Besucher aus dem All, ein Alien. Wollen wir es zusammen begrüßen? Fertig? Los! Hallo, Alien! Oh je, es scheint sehr schüchtern zu sein. Es ist alles gut, alles gut. Du bist hier bei Freunden, kleines grünes Alien. Willkommen auf unserem Planeten. Bist du zum ersten Mal hier? Nun, dann wollen wir dich mal unseren Freunden vorstellen. Übrigens, du kommst doch in friedlicher Absicht, oder? Ich glaube, dir werden unsere Freunde sehr gefallen. Was ist denn das? Ah, das ist ja Kokuyo. Oh nein, warte, Kokuyo. Kokuyo! Hallo! Ich möchte dich mit jemandem bekannt machen. Nein, nein, es ist über dir, Kokuyo. Poguyo, unser kleiner Freund ist sehr schüchtern. Wir müssen also sehr freundlich zu ihm sein. Das ist besser. Ja! Kokuyo, denkst du dran? Freundlich. Kann mir vielleicht einer von euch sagen, nach wem sich das anhört? Pato, das ist Pato. Nein, Pato. Oh nein, sein Hut ist ihm schon wieder über seine Augen gerutscht. Pato, Pato. Pato, bleib stehen. Du erschreckst doch unseren neuen Freund. Warte. Pato, das war aber knapp. Aber, wo ist denn das Alien hin? Ach, da bist du ja. Also, das tut mir wirklich schrecklich leid. Pato ist sonst eigentlich nicht so. Lass uns Elli besuchen. Elli! Du brauchst dich nicht zu fürchten. Elli ist wirklich sehr, sehr nett. Oh je. Oh je, 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 oh, das ist jetzt aber überhaupt nicht gut. Ich, oh je, 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 oh. Oh nein. Das sieht gar nicht gut aus. Freund? 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 Hallo, kleiner Freund. Da bist du ja. Und sieh mal, das sind Elli und Pato. Siehst du, sie sind vollkommen harmlos. Was meint ihr? Sollten Pokojong und das Alien zu Elli und Pato gehen und Hallo sagen? Ja, sie sollen Hallo sagen. Oh, also das ging ja überhaupt nicht gut, was? Keine Angst, ich glaube, du hast sie nur ein bisschen erschreckt. Ah, da kommen sie ja schon zurück. Also, ich möchte euch euren neuen Alien-Freund vorstellen. Er kommt aus dem All. Seht ihr, ich wusste es gleich. Wenn ihr euch erst einmal kennengelernt habt, seid ihr die besten Freunde. Was ist denn das? Ah, das müssen seine Eltern sein. Vielleicht sind sie gekommen, um unseren kleinen Freund abzuholen. Ihr Sohn ist so ein netter kleiner Junge. Wir hatten viel Spaß mit ihm, Mama Alien. Oh, äh, klar, verstehe. Sie sind Papa-Alien. Schade, gleich reisen unsere Freunde ab und Pokojong und Elli sind nicht hier, um sich von ihrem neuen Freund zu verabschieden. Jetzt fliegen sie los. Ach, wie schade. Habt ihr das gesehen? Seht nur, seht. Das sind Pokojong und Elli. Sie sind gekommen, um sich zu verabschieden. Kommt, wir wollen uns alle zusammen von den Aliens verabschieden, ja? Sie sind Aliens. Schön, wenn man neue Freunde findet. Macht's gut. Kommt bald wieder. Sind wir schon da? Hallo, Elli. Machst dich auf zum Strand? Ah, einen ruhigen Tag ganz für sich allein. Das klingt sehr entspannend. Oh, schau mal, da ist Pato. Elli, ich hab den Eindruck, dass Pato gerne mit dir mitkommen würde. Was meinst du, Pato? Du hättest nichts dagegen, am Steuer zu sitzen? Das ist sehr nett von dir. Was hältst du davon, Elli? Gemach, Pato. Elli hat sich auf einen entspannten Tag gefreut. Ah ja, viel besser. Mehr Freunde, Elli? Ja, viel besser. Jetzt mach dich auf denainspannten Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, großartig! Das hat uns gerade noch gefehlt! Wo lang geht's zum Strand? Ah, sehr gut, Elli. Vielleicht kann er uns erklären, wie wir da hinkommen. Aber, aber, wir wissen genau, wie der am gleichen Platz gelandet. Oh nein, nicht schon wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 Zu guter Letzt. Möge der Spaß in der Sonne beginnen. Nun, Elli, es geht doch nichts über einen so wundervollen Sonnenuntergang im Beisammensein mit deinen Freunden, oder? Auch wenn es ein wenig schwierig ist, an den Strand zu kommen. Tschüssi alle! Pocoyo und Lula gehen heute an den Strand. Hallo, Pocoyo! Hallo, Lula! Hallo! Wie schön, ein Tag am Strand. Sie haben einen Picknickkorb dabei und einen Sonnenschirm und... Pocoyo, wo läufst du denn hin? Da geht es doch gar nicht zum Strand. Ach, was für eine gute Idee, Pocoyo. Ein Ball. Er ist rund, orange und klein. Damit kann man wunderbar am Strand spielen. Rund! Ja, richtig. Rund, wie ein Kreis. Sehr gut, Pocoyo. Ich bin sicher, Lula freut sich schon darauf, am Strand mit dem Ball zu spielen. Pocoyo, der Strand ist aber... Also, das ist auch nicht der Weg. Oje. Da bist du ja. Und wo ist jetzt der Ball? Siehst du ihn, Pocoyo? Welches von den Dingen ist der Ball? Kann vielleicht einer von euch sagen, welches sein Ball ist? Das Runde! Es ist das Runde! Rund! Das ist richtig, Pocoyo. Dein Ball ist rund. Jetzt können wir an den Strand gehen. Unser Freund Pato scheint ja viel Spaß zu haben. Sehr schön, Pato. Oh nein, pass auf! Das war aber knapp, Pato, was? Achtung! Jetzt kommt Lula! Oh! Ui! Armer Pato. Dabei hatte er sich doch solche Mühe gegeben. Pato! Pato! Ich glaube, Pocoyos Ball ist hier irgendwo dazwischen. Kannst du vielleicht helfen? Rund! Tja, Pato hat recht. Hier gibt es nur Rundedinge. Aber war dein Ball nicht noch irgendwie anders, Pocoyo? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, woran er seinen Ball erkennt? Er ist orange! Der Ball ist orange! Orange! Oh, Lula hat ihn auch entdeckt. Nein, nicht schon wieder. Oh, tut mir wirklich leid, Pato. Hey, Ellie jongliert! Wie gut sie das macht! Pass auf, Ellie! Ui! Hallo, Ellie! Ellie! Hmm, das sieht jetzt schon etwas schwieriger aus, nicht wahr? Vielleicht solltest du, Ellie, einfach sagen, wie dein Ball aussieht, Pocoyo. Rund? Orange! Nein, das ist er nicht. Was wissen wir noch über Pocoyos Ball? Er ist Rund, er ist orange und kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, helfen? Wie kann man herausfinden, welcher sein Ball ist? Er ist klein! Nein! Gut gemacht! So, da du deinen Ball nun wieder hast, können wir jetzt endlich zum Strand gehen. Der Strand, da ist er! Wir haben es doch noch geschafft! Gut gemacht, Pocoyo! Letztendlich ist es doch noch ein herrlicher Tag für Pocoyo geworden. Und für mich übrigens auch. Macht's gut! Macht's gut! Bis bald! Ah, hallo, Pocoyo! Hallo, Lula! Hallo! Äh, Pocoyo? Was machst du? Ah, du hast einen neuen Freund gefunden. Weißt du, wie man dieses wunderschöne Tierchen nennt, Pocoyo? Könnt ihr, Pocoyo, helfen? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was das ist? Ein Schmetterling! Das ist ein Schmetterling! Schmetterlegen! Ganz richtig! Das ist ein Schmetterling! Schmetterling! Oh, der Schmetterling flattert wieder davon. Schmetterling! 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 Warte, Pocoyo, du solltest vielleicht... Schmetterling! Schmetterling! Pocoyo, warte, du solltest... Ach, Schmetterling! Ah, da ist Pato. Er macht schon wieder seine Übungen. Pocoyo, warte, du solltest vielleicht versuchen, ein wenig... Schmetterling! Schmetterling! ...leiser zu sein. Wo ist denn jetzt Pato geblieben? Pato? Ah, Pato, da bist du ja. Der Schmetterling ist dort entlang geflogen, Pato. Wollen wir doch mal sehen, wo der Schmetterling diesmal landet. Ah, da ist Elli. Sie macht ein Mittagsschläfchen in der Sonne. Schmetterling! Schmetterling! Pocoyo, wenn ich dir einen Vorschlag machen dürfte... Ah, da ist er! Schmetterling! 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 Pocoyo, weißt du, was Schlummerpieps mit Psst gemeint hat? Kann vielleicht einer von euch, Pocoyo, sagen, was Schlummerpieps mit Psst gemeint hat? Leise sein! Leise! Genau, richtig, Pocoyo. Das bedeutet, leise sein. Das ist wichtig. Ich habe ja schon die ganze Zeit versucht, es dir zu sagen. Aber, oh ja, natürlich. Entschuldigung. Es ist so. Schmetterlinge erschrecken sich bei dem kleinsten Geräusch. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. So ist es gut. Am besten, man ist ganz still, um den Schmetterling nicht zu erschrecken. Das habt ihr gut gemacht. Oh ja, richtig, Entschuldigung. Das habt ihr gut gemacht. Mein Geburtstag. Hallo, Pocoyo. Na, was machst du da? Oh, natürlich. Wir warten. Du hast eine Karte gemalt. Und noch dazu so eine wunderschöne. Weiß vielleicht einer von euch, was Pocoyo da gemalt hat? Einen Wal. Ist diese Karte etwa für den Wal? Moment, hat der nicht heute Geburtstag? Und feiert der Wal eine Geburtstagsparty? Elli, wird das ein Geburtstagsgeschenk für den Wal? Ein Luftballon? Hm. Aber wie kann man den als Geschenk verpacken? Gut gemacht, Pocoyo. Würde mich sehr wundern, wenn der Wal errät, was das für ein Geschenk ist. Pato! Jetzt sind wir aber gespannt, was Pato für den Wal gemacht hat. Was für ein herrlicher Wal-Geburtstagskuchen, Pato. Der Wal wird begeistert sein. Zum Wal! Oh je. Das hörte sich ja so an, als ob der Luftballon geplatzt wäre. Oh nein. Naja, wenigstens haben wir noch die Karte und den Wahlgeburtstagskuchen. Hey, seht nur, was für ein niedlicher Fisch. Pato, ich glaube, du hast etwas verloren. Ähm, deinen Kuchen. Irgendetwas sagt mir, dass der niedliche Fisch ihn verschluckt hat. Aber ihr habt doch wenigstens noch Pocoyos wunderschöne Karte. Ja, da ist ja der Wahl. Alles Gute zum Geburtstagwahl. Das war vielleicht eine weite Reisewahl. Und jeder hat für dich ein nettes Geschenk gemacht. Elli hatte einen schönen blauen Luftballon, aber... Unglücklicherweise ist er unterwegs geplatzt. Und Pato hat für dich einen herrlichen Wahlgeburtstagskuchen gebacken. Aber bedauerlicherweise hat ihn ein kleiner Fisch verschluckt. Zum Glück haben wir noch ein Geschenk für dich. Pocoyo hat eine wunderschöne Geburtstagskarte gemalt. Oh nein. Das Wasser hat die schöne Karte verdorben, die Pocoyo gemalt hat. Oh je. Kein Luftballon. Kein Kuchen. Und keine Karte. Seht, der Wahl ist ganz fröhlich. Auch wenn ihr keinen Luftballon, keinen Kuchen und keine Karte mehr habt. Kann vielleicht einer von euch unseren drei Freunden Elli, Pato und Pocoyo sagen, was oder besser, wen sie zu Wahls Geburtstag mitgebracht haben? Sie haben sich selbst mitgebracht. Ja. Pocoyo, Pato und Elli sind hier. Das ist doch das schönste Geschenk, das es gibt. Freunde. Glückwunsch, Wahl. Das war großartig, ihr Freunde. Macht's gut. Bis bald. Macht's gut. Kleine Wolke. Hallo, Pocoyo. Hallo. Pocoyo wird heute eine Menge Spaß haben. Er ist mit seinem Freund Pato zu Spielen verabredet. Aber was ist denn das? Ich glaube, das ist ein Schatten. Ja, dieser Schatten scheint dir zu folgen, Pocoyo. Wo kommt denn der Schatten her? Weiß vielleicht einer von euch, was den Schatten macht? Eine Wolke. Eine Wolke. Das ist eine Wolke. Ja, es ist eine kleine Wolke. Wo mag sie wohl herkommen? Wo mag sie wohl herkommen? Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist Pato. Vielleicht kann er helfen. Ja, so lustig ist das gar nicht, was Pato? Ah, so Pato mag die Wolke auch nicht. Ja, so lustig ist das gar nicht. Wolke Ich glaube, die kleine Wolke weint. Wolke weint. Sehr seltsam. Ich glaube, sie weint. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, das Wölkchen ist ganz traurig. Pocojo, was hast du vor? Du hast eine Idee. Was für eine? Wolke, Wolke. Ah, ich verstehe. Du möchtest mit der Wolke reden. Das ist eine großartige Idee. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die Wolke dich hören kann. Rufen. Ein glänzender Einfall, Pocojo. Wenn ihr alle zusammen laut ruft, dann kann euch die kleine Wolke bestimmt hören. Wolke! Ah, es hat funktioniert. Ich glaube, die kleine Wolke mag dich, Pocojo. Vielleicht... Ja, ist das möglich? Das ist es. Das kleine Wölkchen sucht einen Freund. Freund. Pocojo, kleine Wolke, seid ihr Freunde? Freunde. Ich glaube, die kleine Wolke möchte ihre zwei neuen Freunde einladen zu einem kleinen Rundflug. Du bist auch gemeint, Pato. Musik Was für ein Spaß! Da ist Lula. Jakobja, du bist in die Tür. Und da ist Elli. Guck mal, Elli. Pocoyo und Pato haben einen neuen Freund. Ach ja, es ist so, wie ich immer gesagt habe. Nichts macht den Tag vollkommener, als einen neuen Freund zu finden. Prima, Pocoyo. Macht's gut. Und bis bald.